Hi bei Tvernon, das ist der Alex, ich bin der Jens und heute zeigen wir euch Apps, die euch die Langeweile ein bisschen vertreiben werden. Als erste App hätte ich hier Pokémon Carpador Jump. Da geht es im Endeffekt nur darum, dass man seinen Carpador aufbaut, durch Fressen, irgendwann ein bisschen trainiert. Da kann man verschiedene Trainingsvarianten nutzen, dann kann man das Vieh auch noch mit anderen Pokémon zusammenführen. Man kann verschiedene Futtervarianten kaufen, die dann immer mehr Futter und das Pokémon größer werden lassen. Und zu guter Letzt kann man dann noch in die Liga gehen und gegen andere Pokémon, gegen andere Carpador Antreten, die dann höher springen müssen. Und, ganz wichtig, ich verrate dir nicht wie, weil du wirst es mit sich einander spielen. Auf jeden Fall. Aber du kannst deinen Carpador verlieren, es kann sterben. Also wie ein Tamarotchi. Nur ein Pokémon. Das sieht aber gut aus, also grafisch toll. Das ist wirklich nett, ja, es macht keinen Sinn, aber es ist schön. Ich habe etwas im Petto, das da heißt Face Star. Und zwar ist das tatsächlich, wie der Name sagt, du bist mit deinem Gesicht der Star in dieser Runde. Das heißt, ich kann ja mal eben von dir ein Foto machen. Ja. Wir machen das mal beispielhaft. So, Kameras an. Jetzt mache ich von dir ein Foto. Ich muss noch ein bisschen zurück dafür. Ah, ne, noch ein bisschen. Warte, warte. Ah, so. Genau. Und jetzt nennen wir mal dein Lieblingsfilm oder Lieblingspersönlichkeit. Ich will Spider-Man sein. Spider-Man. Dann bist du jetzt der neue Spider-Man aus Spider-Man Homecoming in dieser Szene. Das sind so vorgefertigte Filmsequenzen. Kannst du es auch gleich kaufen, wenn du Bock hast. Musst du nicht. Und dann sagst du hier, du wärst denn der Darsteller hier. Dann klickst du auf Erstellen. So. Und dann, nachdem all die Werbung weg ist, was ja leider meistens der Fall ist bei so kostenlosen Apps, hast du dann eben, so, dann siehst du hier oben in dem Editing-Fenster das, was gerade editiert wird. Und wenn es fertig ist, das kann bis zu einer halben Stunde dauern, je nach Aufwand, kannst du dich dann hier selbst wiederfinden in zum Beispiel Iron Man oder dich als Präsident. Ich habe das ja mal gemacht. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich klicke mal auf Watch. Na, so. Jetzt hast du hier euer Bild. So. Play. Kannst du dich denn, kannst du auf der rechten Seite. Genau, kannst du von deinen Freunden angeben, als wärst du tatsächlich in echt live dabei gewesen. Als wärst du dann, nee, hättest du neben Obama gestanden. Als wärst du das. Genau. Auf einmal habe ich eine ganz andere Haut drauf. Es ist täuschend, echt. Auf einmal bin ich Trump. Irre. Du bist quasi der Face-Star. Absolut richtig. Ja. Solltest du irgendwann mal auf Partys sein und man weiß nicht so wirklich, wie soll man jetzt die Zeit loswerden, bis man losgeht oder was auch immer. Da gibt es eine schöne App, die heißt, Will you press the button? Wie ist es auf Englisch, aber relativ einfach zu verstehen. Was für die Sorge schon. Es wird immer eine Aussage gestellt, zum Beispiel, du bekommst die Kontrolle über die Welt, aber die Welt wird explodieren vier Jahre, nachdem du sie übernommen hast. Würdest du den Knopf drücken und das machen oder würdest du es nicht tun? Und dann kann man sich mit Leuten darüber unterhalten, warum sie so entschieden haben und so weiter. Und das ist wirklich eine nette Sache. Das ist eigentlich auch ein Spiel für die Party. Es ist auch quasi auch ein Spiel für die Party, aber hat sehr viel Werbung drin. Also sollte man schon freikaufen. Wie so oft leider. Das traurig. Also ich würde das wahrscheinlich machen. Nächste Frage wäre jetzt hier natürlich eine Bärmung. Genau. Also ich habe auch noch was vorbereitet und zwar wieder etwas in Sachen bewegt werden. Und ich finde auch Blingi sehr schön. Das ist eine relativ unnütze App, aber man könnte sagen, es ist eine Art neues Wein. Wir erinnern uns alle an Wein. Gibt es doch leider nicht mehr. Aber was damit bisher so gemacht wurde, ist zwar relativ experimentell, aber schon relativ lustig. Da haben sich auch ganze Community schon bilden können. Und zwar hast du hier nämlich die Möglichkeit zu sagen, okay, neben der Community-Funktion, ich gehe auf Plus, wähle mir hier eine Szenerie aus, was auch immer da alles ist. Das ist halt ein riesiges Feld. Du kannst auch wie bei den Memes auf Twitter und Co. da mal eintippen und da rumsuchen, worauf du Bock hast. Wir nehmen in dem Fall einfach mal einen Mond. Denken wir uns, geil, Mond ist schön, mit Erde, interstellar Style. Dann wird das vorbereitet. Du kannst dann hier mit der Kamera wieder eine Person auswählen. Und wenn du das alles beisammen hast, ich habe hier schon mal was gespeichert, kannst du dich selbst oder Freunde in diese Szenerie einbauen, Greenscreen-Style, und dir dann andere Welten schicken oder ganz andere Dinge präsentieren lassen. Auf einfachste Art und Weise. Was hast du gemacht? Genau, du brauchst einfach nur dein Telefon, eine weiße Wand oder eine blaue Wand. Du brauchst auch keinen Greenscreen dafür. Nein, und die App macht das alles selber und du kannst dich dann da reinsetzen und komendantische oder, keine Ahnung, erzählerische Dinge da einbauen. Das ist ziemlich cool, weil es sehr einfach geht. Deine Atem kann Menschen heilen, aber du kannst nichts Süßes mehr schmecken. Das ist hart. Würdet ihr das machen? Süß wäre schon schön. Wir starten mal eine Umfrage, wir bauen die hier mal ein. Ja, klick mal drauf. Ich werde euch jetzt freuen. Aber vielleicht habt ihr für die Kommentare noch weitere philosophische Fragen, das wäre sehr interessant. Was ist, ja genau, geht mal die App durch und dann guckt mal, was da lustig ist. Viele glauben ja, wir lösen die Sachen nicht, lesen tun wir aber. Wir lesen alles. Wir sind lörten, wir lörten gerne. Lörten? Lörten. Lörten. Wir melden Dinge? Wir lehnen uns immer zurück und gucken zu. Also ich werde erst mal Menschen heilen. Okay.